es geht noch nicht es geht noch nicht morgen jungs und mädels konten im bridge edition version 054 und damit die letzte version der fünfer nummern dings und wahrscheinlich die erste version die wir gespielt haben nehmen wir an wir wissen es nicht mehr aber ich dachte die drei egal was aber denn hier haben wir das gesagt nur fünf dann für vier irgendwas mit 05 irgendwas ja egal und intro intro los geht's changelog fixed a bug fixed noch ein bug sagt was es betrifft das ist doch voll wurscht die black wall of fog in intro das ist langweilig wein ding bedacht es wäre so eine fette transition der ladebücher mit den schwarzen von uns fand ich eigentlich ganz nett schon die nicht mehr wie ich jetzt aus das klingt schon mal interessant und some waypoint bug fixes again der fährt immer noch saugglocken mäßig aus aber heller irgendwie so käsiger oder das kann sein aber jetzt die neueste version gespielt haben wieder letzte woche quasi das kann auch sein ja deswegen sind wir hier noch andere zustände gewohnt das muss ich ja immer wieder ungewöhnung das erste neue spielen dann wieder alt und so weiter brauchst du viele batterien? nimm es einfach mit äh so held und ganz raid 1 also der verinformatiker schweigt ah da los ist ja schon fast wir wissen dass da der anfangen ist ich weiß ich weiß ich direkt 2 hin weil du es gerade sagst das ist ich bin nur auf dem papier verinformatiker und die batterie auch noch damit ist es unmissverständlich dass wir von da her kommen was ist das 1 ich habe nicht auf, pass wo zum teufel hast du eigentlich diese 500 batterien her? äh hier von sowas da waren jetzt zwei anfungsräume diese regalräume nebeneinander und jetzt ist noch ein dritter ahja deswegen habe ich ein paar batteries und schon wieder du kannst die alle in reihe schalten ja können wir die sap's damit töten der ist da drin und grindet und grindet scheiße so scheiße wie der tür hier ist ach ja da ist ja nicht mein navigator drin ob das absicht ist das ist ja hier volle verarschern soll da da war keine drin rauner nicht ok shit oh 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 2 1 kann man nicht rückwärts so durchlaufen kann man vielleicht haben wir das nicht mal in irgendeiner version dass man so verschwärts durchlaufen glaube ich nehme ich einfach aber ich habe es mal geschafft zumindest aber läuft voll gut shit wieso achso nein vielleicht eine limit 2 braun nein wo kriegen wir die denn her da wo kommen wir da rein jetzt 1 4 oh oh du kommst vorbei achso aber du hast keine maske oder doch sogar 3 du kannst ja auch eine Reihe schalten dann siehst du wahrscheinlich nichts mehr ja dann probier gleich was aus aber die luft die du einladen ist wahrscheinlich total sauber was bist du denn wenn du eine aufsitzen die andere ja ok das wollte ich gerade ausprobieren ja gut hihihi toll und jetzt ist er Grund oh da ist er ja ich bin jetzt trocken da ist er ja ha hast du schon gedacht dass er mich jetzt hat na so wir brauchen eine O2-Card auf jeden Fall ohne wird es schwer aber es ist machbar ja hier ist es tatsächlich komm wir mal bei der Gelegenheit wieder probieren stimmt ja wo soll man denn wo soll man denn bitte hängen bleiben es ist ja ist der Notfallplan es gibt nein brauchst du ja gar einen guck gut dass ich da alles hingeschmissen habe jetzt weiß ich da kommen wir auf jeden Fall her brauchst du aber doch auch keine Karte ich weiß die scheiß Gasmasse weg ich weiß die scheiß Gasmasse weg ich weiß die scheiß Gasmasse weg zumindest eine ja warte mal mach mal so liegt da vielleicht gekallt da müsste eine sein ja da hat sofort gebläht ja DOS Level DOS Level DOS ja oder sollen wir einfach weiter gehen weil da war ja ja geh weiter wir brauchen eh keine für was denn auch für äh Achievements halt so oder Gate A ne 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 sobald glaube ich jetzt nicht komm du mach uns den Speedrun mit Gate A auf dem Speedrun ist es ja zu spät da hätte ich schon früher mit anfangen müssen hm schau mal die andere Tür noch an dann kannst du immer den Weg des geringsten Widerstandes ja bei dem Spiel ist es ja nicht gesagt dass hinter einem schwierigen Raum was besseres kommt ist ja ja random deswegen sollten wir da vielleicht ja das da ist gut dann hat sie es wirklich gelohnt dann passt es dann war es sinnvoll ich glaube andere Möglichkeiten als den Weg jetzt gibt es ansonsten auch gar nicht ich nehme mich wenn es in den Sack ist dass ich nicht zurückgehe dass ich dann links weitergehe Jooo ich kann sie bis dann wahrscheinlich eh nicht merken was merken? ja ja krank jaja nein es ist da ein Elektroflung ja braucht man den auch nicht braucht man den auch nicht ne ja weiter aber glaub jetzt kommt dann bald mal Gate A dazu sagen ich jetzt endlich mal das wäre immer noch zu schnell weil ich meine die rem in der map sind schon groß eigentlich da ist aber so dunkel ist es geht da nein aber sonst wird es da oben fett stehen hier geht ab mit dem pfeil so drauf auf den aufzug ich glaube ich auch erst später immer ein error irgendwann irgendwo haben wir schon einige bekommen was schon gar nicht mehr wo überall einer war als wir die hand an dem scanner da ja okay das war ein bekannter fehler glaube ich das war ja das hat er da irgendwann gefixt so wie careful noch einmal? ne normaler gang yeah keine stamina 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 oh raus oh was geht denn jetzt ab? oh mein gott der geht ja crazy ja da kommt doch mal so ein ding ja wir können hier aber der löst den nicht aus, den muss ich auslösen gell? jetzt schießen wir zurück ich weiß es ja auch nicht ob der das haben wir es mal probiert ob der ob das sich auch auslöst wenn er durch geht? ne egal haben wir gerade probiert tut es nicht okay dann mach du ihn kaputt sind das seine augen ja ne? ja ich hoffe doch dass es seine sind ne leider sind wir aber sie kommen irgendwie nicht näher der hat wahrscheinlich wieder so einen Anfall hängt ja an der Tür fest das ist halt jetzt kacke ne? du kannst wüsstens weiter fliehen jetzt kommt er mach ihn kaputt mach ihn kaputt oh oh es geht noch nicht es geht noch nicht nein 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 oh scheiße der zwirbelt sich da runter der zwirbelt sich übelst was ist das? der andere ist weg der schießt ja ja aber der kann nur wahrscheinlich nur der kann keine drücken gehen der kann keine drücken gehen der kann keine drücken gehen ne oder? glaube ich nicht ja ok dann geh hoch man aber der nächste hat schon mal jemand Nighthead Fox durch Tester AG gejagt? ne der schießt doch vorher ach so meinst du wenn er durchläuft die deaktivieren das doch naja ja meinst du sind die damals schon so schlau? ja probier es mal oder willst du? ne komm gerne weiter oh Gott das war jetzt ein kurzer Moment der Aufregung das hat's gemacht ja der kommt Junge tja das war wohl von hinten Target Terminated ja schade eigentlich voller Sniper ey schießt uns vor allem Ende mit einem Schussfall ja Crossnet Crossnet No Scope 360 oh man ok ja war doch mal wieder ganz nett ja vielleicht äh das können wir eigentlich machen ne so dass solange jetzt retro ist und nicht auf alle Sachen was neu sind achten sondern an durch ohne Keycard solange es geht ja probier es halt dann können wir eigentlich das nächste Mal zumindest noch mal probieren dann ist das schon erst so 0.6 kommt der dann da gab es noch keine großartigen Neuerungen es war erst 07 dann ich weiß es nicht vielleicht neu ist das war das big update müsste das sehen wir dann nächstes Episode lass mal kurz überlegen ja nächstes Episode ist besser bis dann bleibt geschmeidig ja tschüss servus meine Jungs